Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Gut zu Wissen. Mein Name ist GF Augustes und unser heutiges Thema ist Keywords und Keyword Stuffing – Wie man SEO-Regeln effektiv einhält Suchmaschinenoptimierung, SEO, war schon immer ein umstrittenes Thema in der Welt des Online-Marketings. Einer der wichtigsten Faktoren bei der SEO ist die Verwendung von Keywords und in Folge dessen auch das sogenannte Keyword Stuffing, das von vielen als Spamming empfunden wird. Aber wie kann man die Richtlinien für SEO effektiv einhalten und dabei trotzdem eine hohe Platzierung in den organischen Suchergebnissen erzielen? Dieser Beitrag wird sich mit dieser kontroversen Thematik auseinandersetzen und Ihnen wertvolle Tipps zur Verbesserung Ihrer SEO-Strategie geben. Die Suchmaschinenoptimierung, SEO, ist ein wichtiger Faktor für Online-Marketing-Strategien und nicht erst seit kurzem umstritten. Keywords spielen hierbei eine wesentliche Rolle und werden oft als Keyword Stuffing missverstanden und als Spam ausgelegt. Doch eine effektive Einhaltung der SEO-Empfehlungen und eine hohe Platzierung in den organischen Suchergebnissen sind durchaus möglich. Dieser Beitrag wird sich mit diesem kontroversen Thema auseinandersetzen und Ihnen wertvolle Tipps zur Verbesserung Ihrer SEO-Strategie geben. Ein wichtiges Ziel der SEO ist es, dass Ihre Website von den Suchmaschinen gefunden und in den Suchergebnissen auf führenden Plätzen platziert wird. Die Verwendung von Keywords und die damit einhergehende Frage nach dem Keyword Stuffing wird dabei häufig diskutiert. Die effektive Einhaltung der SEO-Richtlinien und eine hohe Platzierung in den Suchergebnissen sind jedoch kein unlösbares Problem und können durch gezielte Maßnahmen verbessert werden. Dieser Beitrag konzentriert sich darauf, wie man durch intelligenten Umgang mit Keywords und eine gezielte SEO-Strategie eine bessere Platzierung in den Suchmaschinen-Ergebnissen erreicht. Bedeutung von Keywords im SEO Keywords spielen eine entscheidende Rolle in der Suchmaschinen-Optimierung SEO. Sie ermöglichen es Suchmaschinen wie ZB, Google oder Bing, die Relevanz und Bedeutung einer Webseite für bestimmte Suchanfragen zu erkennen. Die Platzierung bestimmter Keywords an der richtigen Stelle auf einer Webseite kann dazu beitragen, dass diese im Ranking der organischen Suchergebnisse höher eingeordnet wird. Allerdings gibt es bei der Verwendung von Keywords auch Fallstricke zu beachten, wie beispielsweise das sogenannte Keyword Stuffing. Dabei wird versucht, eine Webseite mit einer übermäßigen Anzahl von Keywords zu überladen, um eine höhere Platzierung in den Suchergebnissen zu erzielen. Doch dieses Vorgehen wird von Suchmaschinen als Spam empfunden und kann dazu führen, dass die Webseite abgestraft wird. Um also effektiv SEO-Richtlinien einzuhalten und erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die richtigen Keywords zu verwenden und sie natürlich in den Content zu integrieren, ohne dabei zu spammen. Durch eine strategische Platzierung von Schlüsselbegriffen in den verschiedenen Elementen der Webseite, wie zum Beispiel im Title, Tag, im ersten Absatz oder in Überschriften, können sie eine höhere Sichtbarkeit und somit mehr Traffic auf ihrer Webseite erreichen. Keyword Stuffing Für die Suchmaschinenoptimierung ist die optimale Verwendung von Keywords ein wichtiger Faktor, der über das Ranking in den organischen Suchergebnissen entscheidet. Das Keyword Stuffing ist jedoch eine umstrittene Praxis, bei der Keyword-Phrasen unnatürlich oft verwendet werden. Diese Technik wird als Spamming wahrgenommen und ist daher verpönt. Es stellt sich die Frage, wie man die Regeln effektiv einhalten und gleichzeitig eine hohe Platzierung in den Suchergebnissen erzielen kann. Wir liefern in diesem Zusammenhang einige wertvolle Tipps, um eine optimale SEO-Strategie zu entwickeln. Dazu werden auch Themen wie Content Marketing, vertrauenswürdige Backlinks und gezielte Keyword-Optimierung behandelt. Ziel ist die effektive Nutzung von Keywords ohne Keyword Stuffing. Die Verwendung von Keywords kann dabei helfen, eine höhere Platzierung in den organischen Suchergebnissen zu erzielen. Doch das sogenannte Keyword Stuffing, bei dem eine unnatürlich hohe Anzahl an Keywords in den Text eingebunden wird, kann als Spamming betrachtet werden und führt oft zu schlechteren Ergebnissen. Wir werden einige Techniken vorstellen, wie beispielsweise die Nutzung von Long-Tile-Keywords oder die Verwendung von Synonymen, um eine Natürlichkeit im Text zu bewahren und gleichzeitig die relevanten Suchanfragen abzudecken. Mit diesen Tipps können Website-Betreiber erfolgreich ihre SEO-Strategie verbessern, ohne dabei gegen die Richtlinien zu verstoßen. Keywords Keywords sind ein wichtiger Bestandteil von Suchmaschinenoptimierung, SEO. Sie sind die Wörter oder Ausdrücke, die potenzielle Kunden bei der Suche nach Produkten oder Dienstleistungen im Internet verwenden. Indem man relevante Keywords in den Inhalt einer Website einbezieht, kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Seite in den organischen Suchergebnissen erscheint. Es ist jedoch wichtig, die Keyword-Dichte und Platzierung im Inhalt im Einklang mit den SEO-Regeln zu halten. Keyword-Stuffing, das Einfügen unnatürlich vieler Keywords in einen Text zur Manipulation der Suchmaschinen, ist eine veraltete Methode, die heute als Spamming betrachtet wird. Diese Praxis wird von Suchmaschinen als negativ bewertet und kann zu einer Abwertung oder Entfernung der Website aus den Suchergebnissen führen. Stattdessen sollten Keywords sorgfältig ausgewählt und natürlich in den Inhalt eingefügt werden, um eine hohe Relevanz für die Suche zu gewährleisten. Eine intelligente Keyword-Strategie unter Berücksichtigung der neuesten SEO-Richtlinien kann der Webpräsenz ihres Unternehmens helfen, eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen zu erzielen. Der Titel und die Einleitung dieses Beitrages hebt hervor, wie wichtig es ist, sich an die SEO-Richtlinien zu halten und Spamming-Praktiken zu vermeiden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Keyword-Recherche Die effektive Durchführung einer Keyword-Recherche ist einer der wichtigsten Schritte bei der Suchmaschinenoptimierung. Dabei geht es darum, relevante Keywords zu identifizieren, die potenzielle Besucher auf ihre Webseite locken. Eine erfolgreiche Keyword-Recherche berücksichtigt sowohl die Popularität als auch die Konkurrenz der Keywords, um eine ausgewogene Strategie zu entwickeln. Es ist auch wichtig, Long-Tile-Keywords zu berücksichtigen, um spezifische Suchanfragen abzudecken und die Wahrscheinlichkeit einer Conversion zu erhöhen. Keyword-Stuffing, das übermäßige und unnatürliche Platzieren von Keywords auf Webseiten, um Suchmaschinen zu manipulieren, ist eine veraltete und ineffektive Praxis. Stattdessen sollten Keywords organisch in Webseiteninhalte integriert werden, um ein natürliches Leseerlebnis zu gewährleisten. Indem Sie Ihre SEO-Strategie auf Keywords fokussieren, die von den Nutzern aktiv gesucht werden, können Sie eine höhere Platzierung in den organischen Suchergebnissen erreichen, dabei jedoch die SEO-Richtlinien einhalten und Spamming vermeiden. Identifizierung von relevanten Themen Die Identifizierung von relevanten Themen ist ein wichtiger Bestandteil jeder SEO-Strategie. Um richtig zu ranken und Traffic zu generieren, müssen Sie sich auf relevante Keywords konzentrieren, die Ihr Publikum ansprechen. Sie sollten Keyword-Recherche-Tools verwenden, um relevante Themen und Suchbegriffe zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie Inhalte erstellen, die den Interessen Ihres Publikums entsprechen. Es ist wichtig, sich auf Themen zu konzentrieren, die für Ihr Unternehmen und Ihre Branche von Bedeutung sind, um Ihre Autorität auf dem Gebiet zu steigern. Durch Strategien wie Content-Clustering kann eine optimale Verbindung von Themen und schließlich eine höhere Link-Power erreicht werden. Es ist auch wichtig, den Inhalt regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass er relevant bleibt und sich auf die neuesten Themen in Ihrer Branche bezieht. Eine sorgfältige Identifizierung von relevanten Themen kann dazu beitragen, dass Ihre Website in den Suchergebnissen besser abschneidet und mehr Traffic generiert. Nutzerintention verstehen Nutzerintention verstehen ist ein wichtiger Faktor. Wenn man die Absicht des Nutzers hinter seiner Suchanfrage versteht, kann man hochwertige und relevante Inhalte erstellen, die seine Bedürfnisse befriedigen. Die Algorithmen der Suchmaschinen haben sich dahingehend entwickelt, dass sie Inhalte bevorzugen, die mit der Absicht des Nutzers übereinstimmen, was es für Vermarkter notwendig macht, ihre SEO-Strategie entsprechend zu optimieren. Durch die Analyse des Suchverhaltens der Nutzer kann man die Schlüsselwörter und Suchanfragen ermitteln, die sie am ehesten verwenden, und Inhalte erstellen, die diesen Erwartungen entsprechen, um letztendlich die Platzierung ihrer Website in den Suchergebnissen zu verbessern. Es gibt verschiedene Methoden, um die Absichten der Nutzer zu verstehen, zum Beispiel die Analyse von Suchmustern, die Durchführung von Umfragen, die Verwendung von Heatmaps und die Beobachtung von Trends in sozialen Medien. Diese Techniken bieten unschätzbare Einblicke in die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe und ermöglichen es den Vermarktern, ihre Inhalte und SEO-Strategie entsprechend anzupassen. Ferner ermöglicht das Verständnis der Nutzerintention den Vermarktern, Personalisierte Inhalte zu liefern, die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Konversionen und einem positiven Nutzererlebnis führen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Verstehen der Nutzerintention ein unverzichtbarer Aspekt der Suchmaschinenoptimierung und ein wichtiges Instrument zur Verbesserung des Website-Rankings und der Nutzerbindung ist. Analyse der Konkurrenz Die Analyse der Konkurrenz ist ein wichtiger Aspekt bei der Suchmaschinenoptimierung, um eine erfolgreiche SEO-Strategie zu entwickeln. Es ist unerlässlich, die Ranking-Positionen der Mitbewerber zu kennen und zu verstehen, wie sie ihre Keywords nutzen. Mit einer gründlichen Konkurrenzanalyse können mithilfe verschiedener Tools und Techniken, Stärken und Schwächen der Konkurrenten in Bezug auf ihre SEO-Strategie aufgedeckt werden. Dadurch können eigene Stärken betont und verbessert werden, während Schwächen beseitigt werden, um eine höhere Platzierung in der organischen Suche zu erzielen. Es ist wichtig, in der Konkurrenzanalyse nicht nur auf die Verwendung von Keywords zu achten, sondern auch auf andere Faktoren wie Backlinks, Inhalte, strukturelle Elemente, Keywords und Metatag. Durch die Kombination all dieser Informationen kann analysiert werden, wie die Konkurrenten sich positionieren und die eigene Strategie entsprechend angepasst werden. Letztendlich liefert eine gründliche Analyse der Konkurrenz wertvolle Informationen, um eine erfolgreiche SEO-Strategie zu entwickeln, die nicht nur effektiv ist, sondern auch den Richtlinien entspricht. Durch eine systematische Vorgehensweise und ein kontinuierliches Monitoring können SEO-Experten sicherstellen, dass ihre Strategien stets auf dem neuesten Stand sind, um die Suchmaschinen und potenzielle Kunden gleichermaßen zufriedenzustellen. Keyword-Optimierung Keyword-Optimierung ist ein wichtiger Aspekt der Suchmaschinen-Optimierung, SEO, der oft vernachlässigt wird. Es handelt sich um die gezielte Verwendung von bestimmten relevanten Keywords auf einer Webseite oder einer Online-Plattform. Ziel ist es, dass diese Suchbegriffe von Suchmaschinen erkannt und indexiert werden, um letztendlich eine höhere Platzierung in den organischen Suchergebnissen zu erzielen. Allerdings sollte man dabei nicht das sogenannte Keyword-Stuffing betreiben, das als Spamming empfunden wird. Dabei werden unnatürlich viele Keywords in Texte oder Metadaten eingebettet, was die Qualität des Inhalts mindert und zu Abwertungen durch Suchmaschinen führen kann. Eine effektive Keyword-Optimierung erfordert somit eine Strategie, die eine gezielte Verwendung von relevanten Keywords im Einklang mit dem Inhalt der Webseite oder der Plattform vorsieht. Es ist wichtig, dass diese Strategie stets im Einklang mit den SEO-Richtlinien der Suchmaschinen durchgeführt wird. Eine organische und relevante Verwendung von Keywords wird von Suchmaschinen als positiv gesehen und trägt zu einer höheren Platzierung in den Suchergebnissen bei. Insgesamt gilt, eine gute Keyword-Optimierung trägt maßgeblich dazu bei, das Ranking von Webseiten und Online-Plattformen zu verbessern und somit die Sichtbarkeit und Reichweite zu erhöhen. Seitentitel und Metabeschreibungen Seitentitel und Metabeschreibungen sind zwei der wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung SEO. Der Seitentitel erscheint in den Suchergebnissen als Überschrift und sollte kurz, prägnant und aussagekräftig sein. Dabei ist es essentiell, das Keyword in den Titel zu integrieren, um von der Suchmaschine als relevant für bestimmte Suchanfragen erkannt zu werden. Die Metabeschreibung ist eine kurze Beschreibung des Inhalts der Seite und sollte den Nutzern einen Überblick über das Thema geben. Auch hier sollte das Keyword eingebunden sein, um von der Suchmaschine als relevant erkannt zu werden. Es ist wichtig, eine Metabeschreibung zu schreiben, die den Nutzern einen Mehrwert bietet und sie dazu motiviert, auf die Seite zu klicken. Eine gut geschriebene Metabeschreibung kann den Traffic auf der Seite erhöhen und somit zu einer höheren Platzierung in den Suchergebnissen führen. URL-Struktur Die URL-Struktur ist ein wesentlicher Bestandteil der SEO-Optimierung. Eine klare und logische URL-Struktur erleichtert Suchmaschinen das Verstehen und Indexieren ihrer Website. Eine gut strukturierte URL kann auch die Benutzererfahrung verbessern, indem sie es erleichtert, sich auf der Website zurechtzufinden und relevante Inhalte zu finden. Verwenden Sie bei der Erstellung Ihrer URL-Struktur klare und präzise Wörter, die die Inhalte der Seite beschreiben. Vermeiden Sie unnötige Symbole, Zahlen und Buchstaben folgen, die das Verständnis der Struktur erschweren könnten. Eine weitere wichtige Regel ist, wie bereits mehrfach ausgeführt, die Vermeidung von Keyword-Stuffing. Keyword-Stuffing ist eine Black-Hat-Technik. Eine übermäßige Verwendung von Keywords kann jedoch zu einem Spemming-Eindruck führen und Ihre Website negativ beeinflussen. Verwenden Sie einfach natürliche und relevante Keywords in Ihren Texten und achten Sie darauf, dass sie sinnvoll und harmonisch in den Kontext eingebettet sind. Dadurch können Sie eine bessere Platzierung in den organischen Suchergebnissen erzielen und Ihre Online-Präsenz erfolgreich verbessern. Interne und externe Verlinkung Interne und externe Verlinkung sind wichtige Faktoren in der Suchmaschinenoptimierung, SEO. Die interne Verlinkung verbessert die Benutzererfahrung, erleichtert die Navigation auf der Website und zeigt Suchmaschinen die Hierarchie und die Struktur der Website. Eine gute interne Verlinkung sollte relevante Inhalte miteinander verknüpfen und das Hauptaugenmerk auf die wichtigsten Seiten der Website legen. Dabei sollten aber unnatürliche Links und Linkspam vermieden werden. Auch die externe Verlinkung ist wichtig, denn sie zeigt Suchmaschinen, wie relevant und vertrauenswürdig eine Website ist. Backlinks von qualitativ hochwertigen Websites können das Ranking der eigenen Website verbessern. Aber auch in diesem Bereich sollten unnatürliche Links vermieden werden, da sie von Suchmaschinen abgestraft werden können. Es ist wichtig, dass die externen Links relevant sind und das Thema der eigenen Website unterstützen. Eine gute externe Verlinkung kann durch Content-Marketing, Gastbeiträge auf anderen Websites oder die Teilnahme an Foren und Blog-Kommentaren erreicht werden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Besuchen Sie doch einfach unsere Homepage gf.de. Ich freue mich auf Sie, Ihre GF Augustes.